So, wir sind in Solingen, ich bin arbeitslos, in Solingen werden kein Messer mehr produzieren, deshalb öffne ich mal das Paket mit dem Licht mit einem Schweizer Tortenmesser. So. So, das ist ja schon wieder raus, die erste Ständer. Jetzt zwei Stimmen aus. So, das ist ja schon wieder raus. 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 So, den wollen wir mal. So, das ist ja schon wieder raus. 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 So, damit kann man... Ah, es gibt zwei verschiedene Eredieere. Eine gelbe, eine weiße. Und es ist ziemlich hell und es sieht auch gut aus. Es ist schön. So, ich nehme mal da den Filter mit. Das wird auch nicht sonderlich heiß. Ich glaube, ich möchte ohne Filter betreiben. Es ist noch ein bisschen heller. Und dadurch, dass die Matrix mit den LEDs so gut dichtgepackt ist, sieht es auch ganz gut aus. Ja, schön. Freut mich, dass das funktioniert hat. Wenn ich das auf zwei stelle. Ich glaube, auf zwei werden wahrscheinlich die August geladen. Ja, das war es auch schon mit dem Auspacken. Und ich probiere die gleich aus. Ja, das war es auch schon. Ja, das war es auch schon. Ja, das war es auch schon. Ja, das war es auch schon.